Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Hallo zusammen, das ist heute ein besonderes Video. Ich möchte der Vivian, der Mutter von Familie Kegi, herzlich zum Geburtstag gratulieren. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Vivian! Happy Birthday to you! Nicht nur die Vivian, die Mutter von Familie Kegi hat heute Geburtstag, sondern auch der Atmen von Familie Schmuckköppchen, also ich. Da ich heute ein bestimmtes Alter erreicht habe, darf ich es euch verraten. Ich bin heute 16 Jahre alt geworden. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Familie Schmuckköppchen war heute Morgen dabei, als ich die Geschenke ausgepackt habe. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin und wann ich Geburtstag habe. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.